In dieser Aufgabe haben wir verschiedene Spannungsverläufe gegeben und sollen für jeden dieser Spannungsverläufe den Gleichrichtwert, den Effektivwert, den Formfaktor und den Scheitelfaktor ausrechnen. Damit wir wissen worüber wir reden, blende ich hier mal einen kleinen Spickzettel ein. Fangen wir mit dem Gleichrichtwert an. Der Gleichrichtwert ist ja definiert als 1 durch t, also 1 durch die Periodendauer, mal das Integral über die ganze Periode über den Betrag der Spannung. Wir haben jetzt hier einen relativ einfachen Spannungsverlauf gegeben und zwar in grafischer Form. Das heißt wir haben eigentlich gar keinen Term für u von t, den wir hier einsetzen könnten und integrieren könnten. Aber weil der Spannungsverlauf so relativ einfach ist, können wir uns das Ganze auch aus dem Schaubild her ableiten. Was ist denn der Betrag von u von t? In der ersten Hälfte der Periodendauer, naja, ist die Spannung u dach. U dach ist hier offensichtlich positiv, also ist der Betrag davon natürlich auch u dach. In der zweiten Hälfte einer Periodendauer ist die Spannung minus u dach. Wenn wir davon den Betrag bilden, dann wandert es einfach hier nach oben und wir haben auch in der zweiten Hälfte der Periodendauer einen Wert von u dach. Also ist doch über die ganze Periodendauer der Betrag von u von t nichts anderes als u dach. Und dann ist das Integral ganz leicht gemacht. Das ist immer noch 1 durch t, mal das Integral. Ja, und jetzt das Integral von u dach dt. U dach ist ja eine Konstante. Hier könnten wir jetzt tatsächlich die Stammfunktion bilden. Wir können es uns aber noch einfacher machen, weil das Integral über eine Kurve ist ja nichts anderes als der Flächeninhalt unter der Kurve. Naja, und wir haben hier einen konstanten Verlauf dieser Kurve. Das heißt, die Fläche oder die Kurve ist nichts anderes als ein Rechteck. Die Fläche eines Rechtecks ist Breite mal Höhe. Die Breite ist die Periodendauer t. Die Höhe ist u dach. Also müssen wir einfach nur u dach mal t multiplizieren. Dann können wir mit dem t noch kürzen und es bleibt u dach für den Gleichrichtwert übrig. Beim Effektivwert können wir ganz ähnlich vorgehen. Schreiben wir erstmal die Gleichung für den Effektivwert in allgemeiner Form auf. Das ist eine große Wurzel. Und unter der Wurzel, das Integral sieht gar nicht so unähnlich aus wie gerade eben. Und wir werden auch gleich an der Rechnung sehen, dass es eigentlich recht ähnlich zu berechnen ist wie der Gleichrichtwert. Wir haben das Integral von 0 bis t, also wieder über die ganze Periodendauer. Und diesmal von u Quadrat von t, also den Spannungsverlauf im Quadrat. Ja und dann schauen wir uns wieder den Spannungsverlauf im Schaubild an. Wir haben wieder zwei Bereiche, einmal von 0 bis t halbe und einmal von t halbe bis t. Wenn wir jetzt die Spannung nehmen, die ist einmal plus u dach und einmal minus u dach. Wenn wir die quadrieren, dann fällt das Vorzeichen raus und wir haben für beide Hälften der Periodendauer den gleichen Wert für u Quadrat, nämlich u dach Quadrat. Dann können wir das hier direkt ersetzen. Wir ersetzen u Quadrat von t einfach durch u dach Quadrat. u dach Quadrat nicht von dem Quadrat verwirren lassen, ist auch nur eine Konstante, genauso wie u dach. Das heißt, beim Integrieren passiert genau das Gleiche. Wir integrieren die Fläche unter der Kurve. Die ist halt diesmal u dach Quadrat hoch und nicht nur u dach, wie gerade eben beim Gleichrichtwert. Aber es ist immer noch ein Rechteck und die Fläche unter der Kurve können wir genauso gut mit Höhe mal Breite, also u dach Quadrat mal t berechnen und müssen da gar nicht großen Integral bilden und ausrechnen. Dieses u dach Quadrat mal t müssen wir jetzt noch mit 1 durch t multiplizieren. Da können wir das t direkt wegkürzen. Dann bleibt noch Wurzel aus u dach Quadrat übrig und das gibt dann natürlich u dach. Dann ist noch der Formfaktor gefragt. Der Formfaktor ist definiert als der Effektivwert geteilt durch den Gleichrichtwert. Die haben wir beide gerade ausgerechnet, das heißt wir müssen sie jetzt hier bloß noch einsetzen. Der Effektivwert ist u dach, der Gleichrichtwert ist auch u dach, also ergibt sich ein Formfaktor von 1. Und auch der Scheitelfaktor ist aus Größen definiert, die wir schon kennen. Scheitelfaktor ist die Amplitude, also in dem Fall u dach, geteilt durch den Effektivwert. Der Effektivwert ist auch u dach, also kommt auch hier wieder 1 raus. So, jetzt haben wir einen anderen Spannungsverlauf. Diese Spannung hat über die Hälfte der Periodendauer den Wert u dach und die zweite Hälfte der Periodendauer hat sie den Wert 0. Dann fangen wir wieder an mit dem Gleichrichtwert. Schreiben nochmal die Formel für den Gleichrichtwert hin. 1 durch t mal das Integral über die Periodendauer über den Betrag von u von t. Der Betrag von u von t ist ganz einfach, im Prinzip müssen wir da gar nichts machen. Die erste Hälfte der Periodendauer hat die Spannung den Wert u dach, das ist bereits positiv, das heißt der Betrag ist auch u dach. Und die zweite Hälfte ist die Spannung 0, naja der Betrag von 0 ist auch 0, das heißt da passiert durch den Betrag eigentlich gar nichts. Hier bietet es sich jetzt an, das Integral in zwei Bereiche aufzuteilen, nämlich einmal von 0 bis t halbe und einmal von t halbe bis t. Genau das machen wir jetzt, das Ganze muss noch mit 1 durch t multipliziert werden, deswegen machen wir hier eine große Klammer. Und dann integrieren wir von 0 bis t halbe über den Betrag von u von t, der Betrag von u von t haben wir ja gerade gesagt ist u dach, können wir hier direkt einsetzen. Und von t halbe bis t auch über den Betrag von u von t und der Betrag von u von t in der zweiten Hälfte der Periodendauer ist 0. Und dann sehen wir schon, dass sich das Ganze hier deutlich vereinfacht, weil das Integral über 0 ist natürlich auch 0, das heißt diesen zweiten Summanden können wir hier direkt wegstreichen. Und anstatt jetzt eine Stammfunktion zu bilden, können wir wieder sagen, das Integral ist die Fläche unter der Kurve, das ist wieder ein Rechteck die Fläche, also können wir wieder Höhe mal Breite nehmen, die Höhe ist wieder u dach und die Breite dieses Rechtecks ist diesmal t halbe. Das t können wir direkt wegkürzen und es bleibt als Gleichrichtwert zu dach halbe übrig. Dann schauen wir uns den Effektivwert an. Der Effektivwert war ja eine große Wurzel, über 1 durch t mal das Integral über die Periodendauer über das Quadrat der Funktion. Und da integrieren wir ebenfalls abschnittsweise von 0 bis t halbe und von t halbe bis t. Von 0 bis t halbe ist der Funktionswert oder der Spannungswert ja u dach, also ist das Quadrat davon u dach Quadrat. Und von t halbe bis t ist die Spannung 0, das heißt wir integrieren höher über 0. Und hier ist genauso wie gerade eben beim Gleichrichtwert das Integral über 0 natürlich 0, das heißt der zweite Summand entfällt. Und was noch übrig bleibt ist 1 durch t mal Fläche unter der Kurve von u dach Quadrat. u dach Quadrat ist eine Konstante, also haben wir auch hier wieder eine Rechteck. Wir rechnen wieder Höhe mal Breite. Die Höhe ist u dach Quadrat, die Breite ist jetzt t halbe, weil wir ja nur bis t halbe integriert haben. Dann können wir den Rest von der Wurzel hier gleich weg machen, weil wir den Platz gar nicht brauchen. Mit t können wir kürzen. Dann bleibt noch die Wurzel aus u dach Quadrat durch 2 übrig. Da können wir teilweise die Wurzel rausziehen, Wurzel aus u dach Quadrat ist natürlich u dach und die Wurzel 2 im Nenner bleibt einfach stehen. Dann rechnen wir hier auch noch den Formfaktor aus. Der Formfaktor war ja Effektivwert durch Gleichrichtwert, beides haben wir gerade ausgerechnet. Der Effektivwert ist u dach durch Wurzel 2 und der Gleichrichtwert ist u dach halbe. Was machen wir, wenn wir einen Bruch haben, wo im Zähler und Nenner jeweils wieder ein Bruch ist? Wir können die beiden Nenner auf die andere Seite des großen Bruchstrichs bringen. Also wir können die 2 hier nach oben in den Zähler bringen und die Wurzel 2 nach unten in den Nenner. Dann bleibt im Zähler 2 mal u dach stehen und im Nenner Wurzel 2 mal u dach. Das u dach können wir natürlich direkt wegkürzen. Es bleibt 2 durch Wurzel 2 übrig. Hier könnte man versucht sein, das so stehen zu lassen. Aber 2 ist ja im Prinzip nichts anderes als Wurzel 2 im Quadrat oder Wurzel 2 mal Wurzel 2. Und dann können wir noch mit einmal Wurzel 2 kürzen und dann bleibt als Formfaktor noch Wurzel 2 übrig. Dann machen wir hier ein bisschen Platz für den Scheitelfaktor. Der Scheitelfaktor war ja u dach durch den Effektivwert. Also u dach durch Wurzel 2. U dach ist im Nenner, u dach ist im Zähler. Können wir direkt wegkürzen. Und die Wurzel 2 im Nenner des Nenners wandert in den Zähler. Und es bleibt ein Scheitelfaktor von Wurzel 2 übrig. Unser nächster Spannungsverlauf sieht auf den ersten Blick aus, so wie der von gerade eben. Der Unterschied ist, dass die Spannung hier schon bei t drittel von u dach auf 0 zurückgeht. Im Verlauf gerade eben war das ja bei t halbe der Fall. Also beginnen wir wieder mit dem Gleichrichtwert. Wir integrieren den Betrag der Spannung über die Periodendauer und dividieren das Ganze noch durch die Periodendauer. Auch hier können wir wieder zwei Bereiche voneinander abgrenzen. Einmal von 0 bis t drittel, da ist die Spannung u dach. Und von t drittel bis t, da ist die Spannung 0. Also integrieren wir hier auch wieder bereichsweise. Wir bilden einmal das Integral von 0 bis t drittel. Über den Betrag der Spannung. Der Betrag der Spannung in dem Bereich ist u dach. Also können wir das auch direkt hier reinschreiben. Und dazu addieren wir das Integral von t drittel bis t. Über den Betrag der Spannung. Der Betrag der Spannung in dem Bereich von t drittel bis t ist 0. Naja, wenn wir über 0 integrieren, da wird 0 rauskommen. Also können wir im Prinzip den zweiten Summanden auch gleich weglassen. Dann haben wir wieder einen konstanten Spannungsverlauf über den Zeitbereich, der uns hier interessiert. Das heißt, die Fläche unter der Kurve, das Integral, wird wiederum ein Rechteck sein. Mit der Breite t drittel und der Höhe u dach. Das t können wir direkt wieder wegkürzen. Und dann bleibt für den Gleichrichtwert ein Drittel von u dach oder u dach drittel übrig. Und auch hier werden wir feststellen, dass es beim Effektivwert gar nicht so wahnsinnig anders aussieht als beim Gleichrichtwert. Wir integrieren ja nicht über den Betrag der Spannung, sondern über das Quadrat der Spannung. Das ändert aber nichts daran, dass wir auch hier wieder bereichsweise integrieren können. Wir haben ja auch da zwei Bereiche, die wir deutlich voneinander unterscheiden können. Einmal von 0 bis t drittel und von t drittel bis t. Und genau das tun wir jetzt hier. Wir integrieren einmal von 0 bis t drittel über das Quadrat der Spannung. Die Spannung ist konstant, nämlich u dach. Also ist das Quadrat u dach Quadrat. Und den zweiten Summanden, den lasse ich gleich weg, weil da würden wir wieder über 0 integrieren. Und naja, das können wir uns auch sparen. Und auch hier wieder die Fläche unter der Kurve ein Rechteck. Die Breite t drittel und die Höhe u dach Quadrat. Mit dem t können wir wieder kürzen. Die Wurzel aus u dach Quadrat gibt u dach. Und im Nenner bleibt noch Wurzel 3 übrig, sodass unser Effektivwert dann u dach durch Wurzel 3 ist. Und für den Formfaktor müssen wir wieder nur die Werte einsetzen, die wir gerade schon ausgerechnet haben. Der Effektivwert durch den Gleichrichtwert. Also Effektivwert ist u dach durch Wurzel 3. Der Gleichrichtwert ist u dach durch 3. U dach steht beides mal im Zähler. Das können wir wegkürzen. Die Wurzel aus 3 bringen wir in den Nenner, die 3 bringen wir in den Zähler. Also haben wir 3 durch Wurzel 3. Da können wir noch mit Wurzel 3 kürzen. Und dann bleibt als Formfaktor Wurzel 3 übrig. Der Scheitelfaktor ist u dach durch den Effektivwert. Also u dach durch Wurzel 3. Auch hier können wir wieder u dach wegkürzen. Die Wurzel 3 aus dem Nenner des Nenners wandert in den Zähler. Und dann bleibt ein Scheitelfaktor von Wurzel 3 übrig. So und jetzt haben wir noch einen Spannungsverlauf, bei dem die Spannung innerhalb einer Periodendauer erst eine Weile bei u dach liegt. Nämlich von 0 bis 1 Sechstel der Periodendauer. Dann ist die Spannung bis 5 Sechstel der Periodendauer auf 0. Und dann für ein weiteres Sechstel der Periodendauer bei minus u dach. Und wenn wir jetzt versuchen, unsere Gleichung für den Gleichrichtwert auf dieses Schaubild anzuwenden, dann sehen wir, dass von 0 bis t Sechstel die Spannung bei u dach ist. Das heißt, da ist der Betrag das gleiche wie der Spannungsverlauf, nämlich u dach. Und von 5 t Sechstel bis t ist die Spannung bei minus u dach. Also wenn wir da den Betrag bilden, dann müssten wir das gedanklich hier nach oben klappen. Von minus u dach nach plus u dach. Und das blaue hier wäre dann der Verlauf des Betrags der Spannung. Also wir haben zwei Bereiche, in denen der Betrag der Spannung ungleich 0 ist. Nämlich einmal von 0 bis t Sechstel und einmal von 5 t Sechstel bis t. Die Länge dieser Bereiche, also im Zeitbereich, ist jeweils t Sechstel. Und das Ganze spielt sich ja immer, das sind ja periodische Signale, das Ganze spielt sich innerhalb einer Periodendauer t ab. Bevor wir das jetzt ausrechnen, stellen wir mal kurz eine Überlegung an. Wir integrieren ja über eine Periodendauer von 0 bis t. Wir suchen also letztlich die Fläche unter der Kurve über eine Periodendauer. Dann ist es doch eigentlich egal, an welcher Stelle innerhalb der Periodendauer die Spannung den Wert u dach hat. Es kommt ja eigentlich nur darauf an, wie lang ist die Spannung u dach und nicht an welcher Stelle ist die Spannung u dach. Jetzt haben wir hier zwei Bereiche von jeweils t Sechstel Länge. Die könnten wir ja gedanklich auch zusammenschieben zu einem Bereich, der dann zweimal t Sechstel oder t Drittel lang ist. Das wäre dann hier der grüne Spannungsverlauf. Und wenn wir uns erinnern, das ist genau der Spannungsverlauf, den wir gerade schon mal ausgerechnet haben. Also würden wir eigentlich vermuten, ohne es gerechnet zu haben, dass wir genau die gleichen Ergebnisse rauskriegen wie gerade eben. Ja, dann probieren wir das doch mal aus. Wir berechnen wieder das Integral über eine Periodendauer. Wir teilen es wieder in zwei Bereiche auf, nämlich die Bereiche, in denen die Spannung nicht 0 ist. Und zwar von 0 bis t Sechstel über den Betrag der Spannung, der ist u dach. Und von 5 t Sechstel bis t, auch über den Betrag der Spannung, der ist ebenfalls u dach. Also haben wir jetzt hier zwei Bereiche, über die wir integrieren müssen. Jetzt habe ich hier noch etwas ganz Wichtiges vergessen. Das Ganze muss natürlich noch jeweils mit 1 durch t multipliziert werden. Und dann können wir die gleiche Überlegung anstellen wie immer. Das Integral ist die Fläche unter der Kurve. Also haben wir hier ein Rechteck, breite t Sechstel, Höhe u dach. Und hier haben wir nochmal ein Rechteck, breite t Sechstel und Höhe u dach. Das Ganze jeweils natürlich noch mit 1 durch t multipliziert. Bevor wir das addieren, können wir jeweils das t noch wegkürzen. Und dann haben wir zweimal das Gleiche, was wir zusammenzählen, nämlich zweimal ein Sechstel u dach. Zweimal ein Sechstel gibt ein Drittel u dach. Und es ist tatsächlich das Gleiche, wie das, was wir gerade eben rausbekommen hatten. Den Effektivwert können wir nach der gleichen Methode angehen. Der Effektivwert ist ja eigentlich die Wurzel aus dem Integral über der Spannung im Quadrat. Und da in diesem Spannungsverlauf ja die Spannung nur von 0 bis t Sechstel und von 5 t Sechstel bis t ungleich 0 ist, reicht es auch hier, wenn wir diese beiden Abschnitte integrieren. Denn dazwischen ist die Spannung ja 0, da gibt es nichts zum Integrieren. Von 0 bis t Sechstel haben wir wieder ein Rechteck, breite t Sechstel und die Höhe des Rechtecks ist in dem Fall u dach Quadrat. Das zweite Integral von 5 t Sechstel bis t ist ja auch t Sechstel breit. Also haben wir auch hier ein Rechteck, der breite t Sechstel und der Höhe u dach Quadrat. Also stehen unter der Wurzel zwei gleich große Rechtecke, also zweimal, dann den Faktor 1 durch t nicht vergessen, mal t Sechstel u dach Quadrat. Das t können wir wieder rauskürzen und zwei Sechstel sind natürlich auch hier ein Drittel. Aus dem Ganzen die Wurzel. Die Wurzel aus u dach Quadrat ist u dach und die Wurzel aus 3 bleibt stehen. Und damit haben wir gezeigt, dass Gleichrichtwert und Effektivwert tatsächlich genau das Gleiche sind, wie im Beispiel davor. Das heißt, wir brauchen hier gar nicht mehr weiterrechnen, um den Formfaktor und Scheitelfaktor zu bestimmen. Denn Formfaktor und Scheitelfaktor berechnen sich ja aus Effektivwert und Gleichrichtwert. Ja, wenn die beiden gleich sind, dann sind natürlich auch Formfaktor und Scheitelfaktor genau das Gleiche, wie im Beispiel davor. Das heißt, wir brauchen hier gar nicht mehr weiterrechnen, um den Formfaktor und Scheitelfaktor zu bestimmen. Das heißt, wir brauchen hier gar nicht mehr weiterrechnen, um den Formfaktor zu bestimmen.